So, jetzt nochmal. Battlecraft Atomic. Ich hoffe, diesmal klappt's. Oh, das ging ja richtig schnell. Das kann ja gar nicht funktionieren. Klar kann das nicht funktionieren. Ich lasse es mal auf den Standardwerten, weil ich die Karte absolut nicht kenne. Wo bin ich hier? Was baust du denn als erstes? Ich habe jetzt als erstes haufenweise Zercling losgeschickt. Ich schicke immer ganz viele Zellets los. Die sehen immer sexy aus. Und ich glaube, der Gegner hat keine Ahnung, was er machen muss. Wird gerade total vor meinen Zercling niedergewalt. Ich glaube, die wollen mich ein bisschen freuen. Oh, hier. Hast du es gesehen? Nein, hast du nicht. Also ich habe meinen schon gleich down. Die Painlinge. Treffen wir uns mal schön in der Mitte. Blockieren uns. Ja. Also ich habe gleich gewonnen. Oh, der hat gespart. Okay. Das wird dann wohl doch etwas schwieriger für uns. Oh, da hat er jetzt gekontert. Aber ich habe noch ein paar Zellets mit dabei. Also ich habe hier jetzt erstmal schöne Luft-Bainlinge, die zwar angreifen, aber nicht explodieren. Lol. Eigentlich sollten die explodieren. Holy shit. Was ist denn hier los? Kannst du auch Upgrades eigentlich machen? Ich muss mal kurz gucken hier. Nee. Das ist nur Einheiten, oder? Oder kannst du im Pylon noch Upgrades machen? Ähm, im Pylon kannst du sagen. Player Upgrade. Income und so einen Scheiß. Oh nein. Suicide kannst du auch machen. Toll. Äh, ups. Jetzt sollte ich mal ganz schnell was auswählen. Ist das irre. Ja, gut. Dann mache ich das doch mal so. Ich warte jetzt auch. 300 und da, das kann ich mir schon leisten. Zack, zack. Dann greife ich jetzt mal an. Wie heißen die denn? Was? Die Viechers, die du hast. Scheiße. Scheißkerle. Ja, Scheißkerle. Scheiße. Oh, nein. Das passt mir jetzt ja gar nicht. Was schießen die denn hier jetzt? Das sieht ja aus wie von den... Das sieht ja aus wie, ähm... Das ist doch irgendwie... Selten die nicht eigentlich kleine Viecher werfen? Das ist ja quasi wie bei den, bei den, äh, Broodlords früher. Ach Quatsch, die heißen doch gar nicht Broodlords. Die sind Wächter, ne? Guardians, genau. Das sollen die anscheinend auch sein. Beim StarCraft 1, falls du es noch kennst. Ja, das kenne ich. Praktisch, was du gerade gemacht hast. Es ist gerade ein bisschen asozial hier. Wieso, was hast du? Äh, gar... Oh, äh... Terror, das gibt's ja auch hier. Das ist ja irre. Ja, offensichtlich, aber nicht... Offensichtlich verrecke ich gerade. Weil ich mir einfach nichts Gutes bauen kann. Boah, was hält denn das Ding hier aus, da, der Spinecrawler? Das ist ja eine Unverschämtheit. Wie, wie der einfach nur gegen alles, was hat. Der hat haufenweise Anti-Air und was weiß ich hier alles. Und Massenvernichtungswaffen. Ich weiß nicht, was ich dagegen bauen soll. Ich hab gleich verloren. GG, toll. Ja. Jetzt hab ich einen kleinen Bilder hier und kann dir ein bisschen noch helfen. Verflucht, das ging ja schnell. Balls bauen und einen Changeling bauen. Also, das ist auf jeden Fall, äh, mit Zerk ein bisschen scheiße. Huch, ja, also sieht auch nicht so gut aus jetzt, gerade für mich hier. Ich glaub, ich mein am Arsch auch gleich. Nein. Ja. Für Ayua, würd ich sagen. War gut gemacht. Irgendwie ein bisschen fies ist das zwar schon, mit so einem Kack da anzufangen. Und du hast dich so gefreut, ne? Dass das jetzt so richtig geil am Anfang für dich schon losging. Ja, das, da hab ich mich wirklich gefreut, aber... Oh, hier, Rächer, das ist ja jetzt auch das Richtige gegen mich. Guck dir das mal an, wie schnell sie die Kanone wegbrutzeln. Ja. Ich glaub, das Spiel ist mir zu peinlich, das muss ich jetzt... Ich hau jetzt gleich raus. Wenn ich jetzt 300 hab, dann hau ich ganz viele Reaper raus. Pass auf, jetzt. Ha! Marines, da sind natürlich die Reaper perfekt. Pass auf, das Hauptgebäude. Ach, Marauder. Schaust du dir das auch schön mit an? Also, ich mach's... Ich schau's mir ein bisschen an und mach so lange gar nix. Ich hab mal ne Idee. Das will ich mal ausprobieren. Mit unsichtbaren Einheiten. Ja, los. Man kann doch keine aufdecken, äh, keine Dinger bauen, die aufdecken, oder? Detektoren? Äh, auch keine Ahnung. Äh, 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 äh. Ich schau einfach mal nach und baue jetzt erstmal... Ja, hause weg. Also, die Fortunenkanone könnte aufdecken. Ja, aber die ist ja nicht da. Oh, der hat schon, äh, sich ein paar fette Einheiten gebaut, nur dass die jetzt einfach alle verreckt sind. Ja, aber ich glaube, sein Ding verrückte ich ja gleich auch. Jetzt hat er Zellis gebaut, obwohl ich ganz viele Reaper hatte. Also, bitte. Was ist denn mit ihm los? Also, dieses Spiel ist heute doch mal gewonnen. Ja, es kamen hier gerade ein paar Bainlinge. Das war schon, äh, nicht schlecht gegen Reaper. Ah, jetzt kommt Colossus noch von oben. Also, das war's doch schon. Das ging aber schnell, oder? Das ist ja so ein ganz coolstes Spiel hier. Ja, also, ja. Außer man begegnet sich halt mit, also, zwei Leuten, die, ja, leicht gut sind. Dann müsste das funktionieren, aber so nicht. Das wird's ja niemals geben. Jetzt kommt die zweite Runde. Da ist doch schon einer rausgegangen. Ja. Hab ich doch gerade schon gesehen, ja. Oder? Ich weiß nicht. Ich meine, der Rot ist gerade rausgegangen. Stand da, glaube ich. Aber, pff, was weiß ich schon. Warten wir mal ab. Ja, warten wir mal ab. Also, ganz plan ist das hier aber auch nicht gebaut mit den Gebäuden da oben. Was sind denn das dort eigentlich? In der Luft schwebende Schüsseln? Was ist denn meinst du? Flächer im Nichts. Achso. In denen Mineralien sind. Toll. Ähm, ja. Wollen wir irgendwas bauen? Schlag mal was Fieses vor. Ähm. Ich mach mal jetzt, erst mach's mal so. Ich mach erstmal hier schnell, ähm, glaube ich, Reaper. Und dann direkt da drunter Alurka. Und nochmal Reaper. So. Die laufen hier ein bisschen. Also, ich warte mal, bis ich irgendwas Geiles von den Dingern hier bauen kann. Ja, ich sag ja, er ist raus. Da kommt nix mehr. Das ist, äh, Schluss. Ja, das... Da kommt ja gar nix jetzt. Der war rausgegangen. Der andere auch? Oder... Komm doch jetzt nicht mit so schnellen Einheiten. Ich will die Dinge ausprobieren. Oh, nee, er ist noch da. Der ist noch da. Der ist... Jetzt geht's aber los. Jetzt werde ich dann ganz schnell die Terrors machen. Äh, wo waren sie nochmal? Hier. Luft. Aber da ist, äh, richtig was los hier jetzt. Jetzt geht's richtig ab. Terrors, ein paar Kolosse. Boden, Luft, alles abgeriegelt. Geil. Ich komm noch mit ein bisschen Corruptern. Falls er jetzt gleich auch noch Kolosses macht. Sollten wir das schaffen. Ja. Das war ja klar. Nein, lauf doch nicht weg. Scouts. Schön. Ich liebe Scouts. Was mache ich denn dagegen? Lorca ist natürlich auch brillant. Aber er kann ja aufdecken, ne? Ja, sehr gut. Die sind ja recht schnell weggeschnitzelt. Das klingt ja jetzt wohl auch hier lächerlich. Mit dem Bandling kann er sich auch nicht mehr gegen uns zur Wehr setzen. Ja. Schön! Come on. Bei. Bravo. 령. Vielen Dank.